Ja! Ja! Das bin ich! So scheiße! Tschüsschen! 27! Du bist ein meiner Sama! Hi Leute, willkommen bei Teezy! Tschüss! Ja Freunde, wir kommen heute zum einem Video, das ihr daheim besser nicht nachmachen solltet. Hier ist auch die Warnung. Wir kamen auf die chlorreiche Idee, 10 Iconplayer-Pics blind aufzumachen, Freunde. Das war lustig. Das war lustig und hart. Sehr, sehr weh, Freunde. Macht's daheim mit nach. Lasst gern ein Dolmchen nach oben da in der ersten Stunde. 9.000 wollen wir sehr. Heute ist Simons erster Tag nach seinem Geburtstag. Man ist jetzt endlich 44. Also wenn ihr mehr nachträglich zum Geburtstag gratulieren wollt, lasst ihr einfach ein Dolmchen nach oben da, Freunde. Das zieht mir jetzt rein in 65 Tage, du. Reiner, viel Spaß. Pelé ist auf dem Markt. Geh's da machen und nicht drauf. Das ist immer ne Klassiker, wie wir die wegkasseln müssten, ne? Komm es auf die eine aus. Geh rein. Denkst du da scheppert direkt? Scheppert. Machst du die Eins auf? Ja. Oh, dieser Egel ist okay. Ohhhh. Simon GL danke für die 100 Euro. Ohhhh. Ehre Mann. Ach stimmt, wir können ja hier wieder wetten. Wir können ja hier wieder wetten. Wir haben's vergessen schon. Wir haben's vergessen. Wir können ja hier wieder wetten. Okay. DSAI sieht gut aus. DSAI sieht ziemlich gut aus. DSAI auf jeden Fall sehr stark. Geh mal Preisvergleich, Dreieck, was kostet der? Fit bei mir. Ist okay? Ja, wirklich. Geht wirklich fit. Ist okay. Fit ist die Mau. Meister, es ist Zufall. Gar nichts. Ne, du darfst gar nichts sagen. Du darfst halt natürlich, also ich sag mal, klar, wenn jetzt da was krankes kommt, so Emotionen, aber du weißt ja trotzdem nicht, wo's ist, ne? Okay, Chad, fang ich an, wettest durch. Wie sieht's denn aus? Oh, 52% sagen du? 1,2 Millionen auf mich, 1,1 auf dich. Scheiße. Okay. Scheiße, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ich bin auch, ich bin richtig angespannt. Pixelgirl, danke für die 25. Mach also mich natürlich ein bisschen leiten auch, ne? Geht's da auf? Ja. Ja. Ey, mit was fangst du an? Kannst du mir sie eigentlich auch geben jetzt. Ja, fangst du mit der Mitte an? Du stehst jetzt, aktuell stehst du auf 1. Dann wäre ich hier Mitte und hier wäre ich ganz rechts, ne? Ja. Ich glaube schon die 3, ich müsste jetzt auf der 3 sein, ne? Willst du noch mal überlegen? Willst du noch mal überlegen? Ich geh die goldene Mitte. Die goldene Mitte darf ich jetzt ausziehen? Erst, erst, äh. Einloggen? Einloggen. Habe ich's? Hoch. Hoch. Nein! Ach, die Mixer! Nein! Ach, die Mixer! Ach, nein! Ach, die Mixer! Ach, nein! Ach, nein! Ich hab jetzt keinen Bock mehr, sag ich dir wie's ist! Ey, wer packt es blind, mal ganz hart zu ziehen! Das kann nur einer! Ach, du Scheiße! Wenn's so schön losgeht! Digga, warum sagst du dann aber auch, Leute? Du Arsch! Ich will die 3 nehmen! Scheiße! Wir haben gesagt, wir sagen nix! Scheiße! Wir haben gesagt, wir sagen nix! Ich wusste, ich wusste mal so klar! Wie gut war's, Ted? Wie gut war's? Ich muss das machen! Ey, so ne Manipulation! Ach, nein! Ich wollte Carlos Alberto mitnehmen! Augenwand zu! Und direkt wieder ins Loch von Dienstag! Boah! Da hat sie auf! Digga, so unfair! Ohne Witz! Ich wollte die 3 nehmen! Was hab ich auch gesagt? Bist du dir sicher? Wer hab's denn gesagt? Ja, du hast gesagt, willst du nochmal überlegen? Hab ich nicht gedacht! Das ist so ein Winken mit dem Zaumpfad! Und was weiß ich, Jungs! Daneben sitzt er und er reilt dich mehr in die Scheiße! Er drückt dich rein! Er drückt dich rein! Ich bin blind! Ja, dann hier dein Controller! Oh! Ich hab die 2 mitgenommen! Scheiße! Macht ja nix! Also bin ich jetzt auf der ersten sowieso! Ja, ja, ja! Scheiße, Ted! Jetzt hab ich die beiden mitgenommen! Was ist nicht schlimm! Dann rüberschieben, unten drauf getrunken! Kann ich drücken? Ja! Okay! Das ist die 1, ne? Ja! 2, 3! Ja! Was sagst du? Ich sag's mal so! Eine Sache sag ich dir! Du hast einen Brasilianer mit drin! Wo steh ich auf der 3, ne? Ne, du stehst auf der 2! Mein Herz sagt so ein bisschen die 1! Aha! Was sagt dein Verstand? Mein Verstand sagt eigentlich die 3! Okay! Du bist 1 grad! 1 bist du grad! Nimmst du dir 1 mit? Ja, gut! Du hast es gewonnen! Du hast einen Stevie G! Aha! In der Mitte wäre ein Rivaldo gewesen! Ja! Aber gut, dass du eigentlich die 3 genommen hast! Das wäre ein Duplikat DSRI gewesen! Okay! Aber du hast es gewonnen! Pixel Girl! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Die Wette hast du gewonnen! Wichtig! Digga mit Nagatama aber so unfair! Auflösen! Auflösen! Ja ich find so ist ja geil Chat! Wenn man so ein bisschen redet! Ja! Was sagt dein Verstand? Im Endeffekt kann man ja sehen! Man kann ja auch versuchen einen reinzulegen! Also man muss ja, man kann ja für sich einfach selbst entscheiden was man macht! Gut! Nächstes! Du wieder blind, ne? Ja! Du stehst schon drauf! Ja! Meine Controller! Fuck! Was ist? Fuck! Was ist? Fuck! Was ist denn? Fuck! Was ist denn? Fuck! Was ist denn? Wo stehe ich drauf? Ich stehe auf der 1! Okay! 2, 3! 2, 3! Also... Ja? 1 verrate ich! Okay! Ich verrate nichts! Jungs warte ganz kurz! Ja! Soll ich nur die Nation was sagen? Die Namen soll ich sagen? Sag's! Wir haben einen, äh... Rüllich! Halsmaul! Wir haben einen Lautrup! Aha! Und wir haben einen Van Nistelrooy! Aha! Da ist ein Rüllich dabei! Das... Was sag ich denn? Nehm ich die 1 mit? Nehm ich die 1! Ich glaub ich nehm die 1 mit! Bin ich auf der 1? Wer ist die 1? Nehm ich mit! Ich logge sie ein, okay? Logge ich grad ein? Willst du beim Einlocken? Halsmaul! Halsmaul! Wo wär der gewesen? Halsmaul! Da war keine Rüllich dabei! War keine Rüllich dabei! Chat! Ich sollte mich bedenkt halten! Ich sollte mich bedenkt halten! Fuck! Ich hab mich bedenkt gehalten! Jungs warum wär ich heute so gebrochen? Das ist nicht okay! Ich sollte mich bedenkt halten! Es war ein 90er Rüllich! Weiter über weiter! Das tut mir... Hey Chat! Ganz ehrlich! Ich sollte... Der Stream ist nicht mal ne Stunde alt! Und ich könnte anfangen zu weinen! Ich sag's euch wie es ist! Ich hab'n Rüllich liegen gelassen! Hab'n Nakata gezogen! Es läuft halt grad sehr viel schief für mich! Bin ich auf 9? Ja bis drauf! Kann ich öffnen? Ja! Also! Ich sag nur so viel! Es ist mit einem Brasilianer dabei! Aha! Und... Du bist eigentlich auf der 1? Ja! Mit 2 Leuten würdest du mich wieder toppen! Mit einem net! Du bist gerade auf der 1! Wann? Ich sag da gar nichts! Das ist die 3 grad! Das ist die 2! 3! Ich hab so das Gefühl die 3 ist es! Bist du dir sicher? 2! Weiß es net! 1! Ist die 1 ja! Ist dies? Ich lese im Chat grad oft ne Zahl! Du musst nur X drücken wenn du einloggen willst! Ne ich will zurück! Zurück! Dann musst du runter gehen! Und jetzt auf X! Das wäre die 2 gewesen ne? Bist immer noch auf der 2! Bist ihr sicher auf der 2? Du hast die Wette gewonnen! Es ist ein Schmachl-Duplikat! Scheiße! Scheiße! Wenn wir uns hier 1 nehmen müssten! Es wäre schon wieder Cafu gewesen! Und die 2 wäre Campbell gewesen 87! Hätte ich gewonnen! Scheiße! Du hast es schon drin! Du hast es schon drin! Aber deine Pics müssen wir ein bisschen anstrengen! Ich habe es schon gerümmelt ne? Scheiße! Geld, 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 Geld! Zimo du Trottel! Ja was denn? Da war schon drinnen die 2! Ja wir machen ja nicht mehr Wetten sondern Rating ne? Rating! Ja ja ja! Du bist blind! Du bist auch schon auf dem Pack drauf! Ja! Gut! Moin! Moin! Nein! Ist doch wieder ein Nakata dabei! Moin! Moin! Wir haben die 2! Wir haben die 3! Ja! 3 sage ich dir wie es ist! Die wollte ich voll nehmen! Und ich glaube an der bin ich die 2! Nämlich definitiv nicht! Die 1 hatte ich jetzt schon da bin ich rutschgegangen mit! Was sagst du denn so zu die 3? Da bin ich grad drauf ne? Ich als guter Freund sage dir im Vertrauen ich würde die 3 nicht nehmen! Wenn ich Augen hätte würde ich die 3 nicht nehmen! Okay! Was würdest du nehmen? Dazu äußere ich mich nicht! Aber ich sag dir so wie es ist! Die 3 würde ich nicht nehmen! Nimm aber die 3! Hab ich? Ja! Oh Blond 89 ist okay! War das doch der Beste? Nein! Ja vom Ding her war es der Beste! War halt ein Duplikat! Da war noch Hachi war noch dabei! Und wer war das? Der Hachi war dabei! Und Schuka! Oh dann war es okay! Dann war es okay! Dann habe ich es gut gemacht! Du kleiner Gauner alter ne? Dann habe ich es gut gemacht Chat! Sehr gut Simo! Sehr gut Simo! Treu geblieben! Und ich war wieder so knapp davor! So knapp davor wegzuspringen! Okay! Let's fetz! Was? Nein du 30er! Kann ich? Ja! Bin ich drauf? Ja! Ja! Was ist los? Ja was soll los sein? Also ich sag mal so einer ist dabei! Damit stoßt du mich schon wieder vorm Drohnen der Betten! Ja! Ähm! Aber es ist auch einer dabei! Der wird schon schmecken! Sag ich dir wie es ist! Der wird schon schmecken! Ich sag das wie es ist! So die 3 ist jetzt ausgelotscht! Die hier! Die würde ich nicht nehmen! 3 war immer gut ne? Vielleicht mal wieder so die goldene Mitte gehen! Die war in letzter Zeit jetzt nicht so berauschen! Okay! Da war ein Nakata erinnere ich mich! Ja ja ja! Die goldene Mitte da war ein Schuka! Vielleicht ist es mal Zeit für die Mitte wieder zu nehmen! Sagst du so Mitte? Ja! Könnt was sein! Könnt was sein! Okay dann ist es die Mitte auf jeden Fall mal nett! Dann wird mir eigentlich nur noch die 1 bleiben! Oder die 3! Was kannst du mir so zur 1 sagen? 1 ist super! 1 ist super? Und die 3 ist super super! Ja! Es ist Gleichstand! Aber ich hatte Glück Chat! Was waren die anderen? Die 3 wäre Baresi gewesen 91! Ich hätte mich gefickt! Aber die 1 war gut gewesen Digga! Wer war das? Es war 88! Aber es war Torres! Es war Torres! Es war Torres! Ich war halt nur glücklich dass du nur die 3 genommen hast! Aber die 1 wäre halt... Die 1 hätte 2 verloren! Aber die 1 hätte 2 verloren! Aber die 1 hätte 2 verloren! Das wäre geil gewesen! Okay! Ja! Duplikat! Aber die Wette geht wieder an Team Mau! Wieder an Team Mau! Cash out! Seedorf wäre aber der Bessere gewesen! Der Bessere gewesen! Aber kannst du den jetzt mitnehmen? Oder... Weil das ist ja kein Duplikat! Das ist ja Quatsch sonst! Das weiß ich jetzt! Ja ich würde schon sagen... Nehmen wir Seedorf mit! Das ist okay! Sonst müssen wir wieder abstoßen! Das geht klar Jungs! Ja! Aber alles auf Sie Mau! Es tut mir leid Chat! Nimmt aber Seedorf mit! Ja ja! Wir müssen jetzt kein Duplikat mitnehmen! Sie Mau! Gute Leistung! Ich habe uns wieder eine bessere geholt! Du musst nur die Schnauze halten! Du hast von 3 Stück alle 3 verloren! Blind! Ich bin sogar blind besser wie du! Wow! Ich bin auch blind! Okay! Haben wir noch 2 Stück Chat! Dann neue Wette! Scheiße! Das ist nichts Gutes dabei wenn du schon nur schnippst! Ich stehe auf der 1 oder? Ich stehe auf der 1! Das ist die 2! Das ist die 2! Das ist die 3! Das ist die 3! Die 3 habe ich ein ganz schlechtes Verhältnis! Die hat mich gerade enttäuscht! Ich sage dir die 3 wäre die beste du nehmen kannst! Okay! Die 2! Ja! Da tendiere ich gerade aktuell hin! Ich sage dir das gibt ein Flashback zu deinem ersten Pick! Okay! Und die 1! Und die 1! Da schwank ich auch noch gerade! Du schwankst du mit der 1? Ja! Soll ich was für 1 sagen? 1 solide! Yes! 90er ist wichtig! 90er ist wichtig! Rechts war Essien! Essien! Scheiße! 90er ist wichtig! Scheiße Digga! Guck mal warum sind nur 2 im Chat? Was ist bei euch los? So ein Arsch! Der ist so ein Arsch! Okay! Egal! Bin ich da? Ja! Gehts auf? Ja! Ach du Scheiße! Wichtiges! Kann ich dein... Ich stell dir Fragen! Oh Gott Chat! Kann ich dein 90er toppen? Ja den kannst du toppen! Kann ich toppen! Ich sag dir mal eins! Es sind 2 Weltklasse Karten dabei ne? Ja! Eine von dieser Weltklasse Karte, die hätten wir schon im Verein ne? Namen sagen! Soll ich Namen sagen Chat? Oh mein Gott alter ne? Also! Name ist zu viel! Ich habe vorhin auch Namen gesagt! Okay! Also! Es ist dabei ne? In Vieira! Waaaaa? Den haben wir schon! Es ist dabei ein Vacho! Den haben wir auch schon! Der ist aber jetzt nicht so der Wahnsinn ne? Ja! Und wir haben eine Karte noch nicht und die wäre geisteskrank! Es ist noch Maldini dabei! Scheiße! Maldini wäre geil ne? Ja! Maldini wäre krank geil! Für unseren Verein hätte ich gerne Maldini! Wo stehe ich gerade? Also man muss ja dazu sagen! Eins ne? Ja! Mit zwei Karten f***st du mich wieder! Mit einer Karte die geisteskrank wäre! Haben wir aber schon doppelt mit zu überrutschen gehen! Aber was für eine kranke Auswahl! Geisteskrank! Geisteskranke Auswahl Chat! Ich möchte dich hier nett irgendwie beeinflussen! Ich sag's dir wie es ist! Ich würde mir sogar wünschen, dass ich die Wette jetzt verliere! Sag ich dir ehrlich! Ich würde mir wünschen, dass ich die Wette verliere! Wo bin ich gerade? Auf der 3! Jetzt bist du auf der 2! Digga bitte mach! Ich halt's nicht mal aus jetzt! Du bist auf der 3 immer noch! Jetzt bist du wieder auf der 1 ne? Dass du was Falsches willst! 2? Das wäre die 2 jetzt ja! Das wäre die 3! Junge mach jetzt! Ich hab die Wette geworden aber du hast ein Vieira mitgenommen! Ich hab alle mitgenommen! Digga die 2 wäre Maldini gewesen! Ah scheiße! Die 2 wäre Maldini gewesen! Die müssen wir abgeben! Wir müssen den 88er Vieira in der SBC reinkloppen! Ich hab meine Wählerschaft überzeugt aber ich hätte sie gern nicht überzeugt! Digga ein Maldini 92er! Du hast einfach Maldini liegen lassen! Nein! Du hast einfach Maldini liegen lassen ne? Was soll ich machen? 92er Maldini! Ach du Scheiße! 1,5 Millionen hat mitgenommen ne? Ohne Rutsch gegangen! Hast eigentlich alles falsch gemacht ne? Ja das ist wirklich krank ne? Aber Jungs ich war blind! Aber guck mal ich hab blind den Besten eigentlich genommen! Klar für den Verein nett! Ja! Ja! Aber ich hab blind eigentlich wirklich schon überragenden Pick abgerissen! Die Maus immer leise in der Hülle liegen lassen! Ja! Noo! Ich sag ja nichts! Ich hab ja die Wette gewonnen aber das war wichtig! Meine Wählerschaft hab ich überzeugt! Digga was war denn das alter! Ja jetzt haben wir uns komplett hier blank gezogen! Das ist kein Lightning Round da! Wir müssen einfach in Viera in der SBC reinkloppen ne? Fuck! Wo kloppt man den rein Chat? Viera, Plonk und Schmeichel müssen in der SBC reingehen! Das kannst du auch wieder keinem erzählen! Ist auf! Ist auf! Kann ich die Wette überhaupt schaffen? Also die Wette sieht wie folgt aus! Ja! Ne? Ja! 90 ist ja bestanden ne? Ja! Es befindet sich ein 88er dabei! Okay! Es befindet sich ein 90er dabei! Mhm! Und es befindet sich ein weitere 90er dabei! Das heißt du kannst baden gehen! Ja! Was ziemlich peinlich wäre! Ja! Aber du kannst eigentlich auch easy die Wette mit 1 beenden! Ich kann die Wette mit 1 beenden! Was war denn das jetzt schon wieder für ein... Also für die 1er! Achso! Die 1er bei der Wette oder die 2er bei... Die sind ja auf 9 ne? Vorhin hat doch einer gesagt Pelé sitzt immer auf der 3! Bin ich ja drauf! Aktueller Stand stehst du auf der 3! Wäre überhaupt auch eine gute Icon so dabei mit 90! Die 1! Das ist wie die 1 ne? Jetzt bist du auf der 3 wieder! Das ist die 1! Das ist die 1! Mein erster Gedanke war 3! Nimm ich auch mit! Bin ich drauf? Jetzt bist du auf der 3! 2! 2! 2! Ach nein! Oh shit boys and girls! This is your man! Simão! Ach nein! Euer man! Ganz kurz! Ich zeige ihn euch nochmal! Euer man Simão! Ach nee! Also da habe ich Respekt davor, ne? Also dass man das noch verkacken kann, habe ich großen Respekt davor.